Ich will ganz oben stehen und ich werde alles tun. Ich werde weiter gehen und immer nur der Beste sein. Hab so viel gelernt, es war ne harte Zeit. Der Tag ist nicht mehr fern, dann zeig ich allen was ich kann. Der nächste Schritt wird nicht der letzte sein. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Was geht ab, Leute? Es ist Dienstag, das Wasser Event läuft. Ich bin nicht so begeistert von dem Event, aber darüber gehen wir noch. Shiny Pokémon, das einzige Interessante. Ihr wisst, wir sind die Überkassesten, deswegen direkt 100% Shiny Kappa dort. Das ist das einzige, was uns interessiert. Deswegen geht es heute auf Tour. Natürlich wieder am Start. Milo ist der Kasse. Er hatte vor kurzem Levelaufstieg. Gratulation an ihn. Alles gut bei dir? Alles fresh? Auf jeden Fall. Haben wir Ziel? Noch nicht? Lachse unterförringen. Keine Ahnung, wie weit das ist. Unterförringen war das gleich hier vorne. Wie lange ist es noch da? Das ist vor 5 Minuten reingefangen. Ja dann. Ich habe ewig den Lachsen gefangen. Erster Stop des Tages. Wir Lachsen, unser alter Freund. War lange nicht mehr da wegen dem. Wir haben mich vermisst. Scheiß Event in Japan. Oh mein Gott, was ist da los? Nein, nein Tech, was machst du mit mir? Okay, jetzt geht es wieder. Geflogen. Geflogen. Ist geflohen bei dir. Ich habe nicht mehr das Aneinanderbär geworfen. Ich habe normal geworfen. Ich habe meins mit dem ersten Mal. Großartig Curved. Kein Glück zur Zeit. Läuft bei uns. Also bei ihm nicht, aber bei uns zwei. Total wie Lele. Heavy Slam. Schlechtest du. Krass, das X-Bad 100%, Level 30. Ich habe bisher noch keinen X-Bad gefangen, weil ich mir den neuen Eintritt sparen wollte. Aber den kann man sich echt nicht entgehen lassen. Ist sogar echt knapper geworden als nötig. Weil unser Fahrgab leider ein paar komische Aktionen gebracht hat. Gelbe Berge. Echt? Nur so zum Spaß, ja man. What? Das bringt 20, 21 Wohnungszum. Okay, ich schicke ihm nicht recht 20. Oh mein Gott. Schau nicht. Ja, vergisst du. Du auch. Mann hat sich echt gut angestellt. Nicht schlecht. Neuer Antrag. Also unser Fahrgab, der Milosch, hat ein bisschen geleidet. Weil gerade Pflauter war. Es kamen 200% Kapador. Beide Level 30. Beide relativ nahe zueinander. Also müssen wir beide erwischen. Da kann man nur eins sagen. Supersaftig. Natürlich müsste auch am besten eins von denen Shiny sein. Das wäre echt fett. Aber schauen wir mal. Erstes Level 30 Kapador. Nicht Shiny schonmal. Ja. Er ist eine Enttäuschung. Auch wenn er eigentlich klasse ist. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen gleich weiter. Ich hab ihn. Habt ihr ihn Jungs? Ja. Alles klar, perfekt. Auf zum nächsten. Das zweite Kapador. Level 30. 188. Leider auch nicht Shiny, Leute. Meins auch nicht. Deins auch nicht. Julian? Ne. Ah fuck. Falsche Beere. Scheiße. Oh mein Gott. Milosch, schmeiß gelbe Beere. Wie ist es hier? Na ja. Man lebt so. War deine Shiny, oder? Ne. Habt ihr beide erwischt? Hallo? Ja, wir haben schon beide erwischt. Ja? Hallo. Hey. Servus, Leute. Servus, Leute. Wie geht's euch? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Echt jetzt? Nur leider kein Shiny. Leider nicht, ne? Ihr habt schon ein Shiny gefangen heute. 100 Prozent. Ja, hab ich gesehen. Glückwunsch. Ich hab keine Ahnung. Servus. Servus. Nein. Ist mit. Am meisten kenn ich ja noch keinen nicht. Ah, Servus. Vom Sehen. Ab 0 war halt... 2 Minuten. Wie ist sie dich? Ich genau. Du willst ja auch? Servus. Ja. Unfassbar. Am Ende des Tages. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Da vorne links. Bin schon zu Hause. Das letzte Kapador. Hier mitten auf dem Weg. Ist ein Shiny Kapador. Zwar nicht 100 Prozent. Zwar nicht Level 30, aber... Immerhin. Wie als wäre es perfekt für das Ende des Videos. Noch ein Shiny Kapador. Unglaublich. Und gefangen. Das macht mich doch jetzt ein bisschen happy. Vor allem nach der kleinen, technischen Schwierigkeit, wo wir das 100 Prozent im Monat nicht bekommen haben. Ich pack's jetzt zu Hause. Geh in eine Runde pennen. Ich zeig euch morgen, was wir alles gefangen haben. Entwickel vielleicht die zwei Gargados. Dann schauen wir mal. Da ist das Shiny Kapador. Genau. IV. Nicht die drittbeste. Also zweitschlechteste. Ist genau auf dem Heimweg gekommen. Also... Tour war schon zu Ende. 20 Sekunden vor meinem Ausdruck war das. Das war echt. Richtig. Ironie des Schicksals. Ganze Stadt durchfahren für Shiny Kapador. Und dann direkt vor der Ausdruck gespawnt. Genau am Ende. Als hätte der Videogott es so gewollt, dass ich zum Abschluss für das Video noch ein Shiny Kapador bekomme. Ansonsten wäre es eigentlich ein bisschen fail gewesen. Leider nicht 100 Prozent. Leider nicht Level 30. Aber besser als nichts. Entwickeln werde ich es nicht. Vielleicht entwickle ich einen 100% Gargados für euch. Eins von den zwei. Äh... Nee. Mach ich beim nächsten Mal irgendwann für ein anderes Video. Oder? Okay, ich hab's mir anders überlegt. Für euch noch schneller ein. 100 Prozent. Eins von den zwei. Und... Beim letzten Mal bis Knirscher bekommen. Ich hoffe diesmal auf bessere Attacken. Bis Hydro Pumpe ist besser. Aber von denen habe ich auch schon mehrere. Dragon Tail Outrage wäre am besten gewesen. Oder Dragon Tail Hydro Pump. Aber ist okay. 188. Level 30 war der. Hat jetzt 2812. Werde ich demnächst für euch auf Max pushen. Für ein anderes Video. Aber das kommt noch. Das war's von dem Video. Das war's von dem Event. Event-technisch. Manche regen sich auf. Kein Doppel Candy. Kein Doppel EP. Ich find's nicht so schlimm. War jetzt... Äh... Nicht so der Knall. Aber... Nicht jedes Event musste sein. Nicht bei jedem Event muss man sieben Tage durch... Äh... Grinden, durchzocken. Und dann irgendwie fünf Level überspringen. So Kleinigkeiten ab und zu. Einfach um frischen Wind in die Sache zu bringen. Finde ich auch okay. Und so schlimm war's jetzt auch nicht. Ein paar coole neue Sachen. Aber schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet. Wie es euch so gefallen hat. Heute ist der letzte Event. Mittwoch. Ich versuche noch die Kapador-Medaille zu füllen. Aber ansonsten wird nicht viel gemacht während des Events. Äh... Sonst schreibt auch noch unten in die Kommentare, ob ihr schon einen Shiny Kapador habt. Wie euch das so gefällt. Und... Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon is serious business. Ja... Vielen Dank.